Baaah! Darf ich angreifen? Nein, nicht angreifen, bitte. Sind Sie nämlich an bereit? Ja. Drei, zwei, eins, go! Das war's. Jawohl! Tut bem, der Du bist so schwer. Fröhlich heOOOOOOOOO! Joachimقط Kristin- interessant, aber mehrfach in vielen Musik übrigens! Und Bon Appetit. Bauer und Blitz Bauer und Blitz Bauer und Blitz Wow! Wow! Yeah! Wow! Wow! So, jetzt wissen Sie auch, warum wir noch Glas dahinter aufgestellt haben. Gratulation! Der erste Schutz ist für die Öfen und der Glas das ist für Olli gewesen. Das ist ja ganz schön motiviert. Aber es hat anscheinend was genutzt. Ich mag ja gar nicht unken, aber hier hängt da so eine Herdplatte so ein bisschen rüber und wenn ich Marco kenne, weiß ich, dass er... Also wir haben jetzt darüber geredet und entschieden, dass wenn ein Teil davon kommt, aber also den Hauptkörper hinter der Linie liegt, dann ist der Wurf gültig. Okay. Und wie viel Öfen... 23 gilt es zu schlagen. Wie viel hat er geworfen? Also hat er die 26 geworfen, aber zwei habe ich nicht gezählt und zwar der Rekord ist jetzt 24. Ein neuer Guinness Weltrekord. Was ihr zwei geleistet habt, ist wirklich unglaublich. Ein Rekord aufgestellt, dann wird er um einen Backofen dann noch getoppt. Am liebsten würde ich euch beiden eine Medaille geben, aber du warst für ein paar Sekunden Rekordinhaber. Jetzt kriegt der Olli Medaille und die Urkunde von Isa. Bitteschön. Klasse, passt ja gut zusammen. Danke. Ich hab's geahnt. Dankeschön ihr zwei, das ist euer Applaus. Vielen Dank Dietmar. Dankeschön. Und Isa bringt euch raus oder andersrum, wie ihr wollt. Danke. Euer Applaus.